1, 2, 1, 2 So, liebe Mahlzeit, schönen guten Abend! Ey, Steffen, die lernen's irgendwie nimmer, gell? Scheiße, ich sag's jedes Mal so schön freundlich, ja? Und erwartet dann einen frenetischen Applaus, ja? Als wenn ihr förmlich ausrasten würdet, ja? Ich mach's einfach mal nochmal, ja? Also, ich bin jetzt schon auf der Bühne, klar, ne? So, schönen guten Abend, liebe Mahlzeit! Ja, das ist gebührend, so lieben wir das, als Musiker, ja? Wenn man irgendwo hinkommt und wird gleich schon gefeiert, ohne dass man den ersten Ton gespielt hat, ja? So, ich sag's euch, heute Abend, es ist die Bombe! Boah, sieht wie so gut aus, ja? Zum ersten Mal hier, ich bin, äh, wie soll ich sagen, du musst jetzt aufpassen, ne? Jutta, mal weg hören. Ich bin leicht, äh, verliebt. Nein! Ähm, okay. So, ähm, wir haben extra für euch, also die, die jetzt beim letzten Mal noch nicht da waren, warte mal, ich guck mal, die ist geraschelt hier weg. Äh, ist ja lästig. Wo ist es denn hier? So, äh, die, die beim letzten Mal noch nicht da waren, wir haben extra für euch eine große Tanzfläche hier hingestellt, ja? Extra umgebaut, alle Tische raus. Das heißt, beim letzten Mal war es so sackheiß, dass ich nach dem ersten Song schon so nass geschwitzt war wie noch nie, ja? Ja, aber das heißt für euch, ihr könnt natürlich alle so 10 Meter nach vorne kommen. Das könnt man eigentlich jetzt schon machen, ja? Guckt mal nach vorne. Hallo? Keiner traut sich, ist gut, ne? Keine Sau traut sich, verstehe ich auch, würde ich auch nicht machen, ist ja albern. Egal, ihr kommt dann schon nach vorne, ja? Nach dem ersten Song, spätestens, ja? Die Silvia, die kommt nach vorne, Silvia, du bist die Vortänzerin, ja? Du gehst dann hier richtig los, dann gehen alle los, ja? So, und wir haben extra, wie gesagt, ein bisschen Platz gemacht, damit wir uns hier mehr mit Ausdruckstanz beschäftigen können. Und heute für euch, ich bin unendlich glücklich, dass sie heute von der Uni Zeit hatte. Sie hat nämlich noch einen Spättermin gehabt und hier ist sie für euch aus Schiffweiler im schönen Saarland an dem Keyboard, Miss Carina Peitz. Hier ist der Applaus, Carina Peitz. Ja, 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 hier ist sie. Hey, Korina. Du weißt, kein Alkohol mehr in der Arbeitszeit. Ein Bier, ein Bier hast du schon? Das ist Wasser. Achso, Wasser, ja. Achso, Hugo ist Wasser mittlerweile. Okay. So, Carina, wie geht's dir? Bist du entspannt? Gut. Gut, ja, okay, gut. Siehst gut aus, toll. Fünf Bier, ein Hugo. Fünf Bier, ein Hugo. Du bist so leise. Oder ich bin zu laut. Ist auch gut. So, legt uns mal einen schönen Kord. So, er hat extra wieder den Schlips angezogen. Gell, der hat noch einen Schlips an. Der Oli. Pink. Boah, pink. Er hat einen pinken Schlips an und der ist total cool drauf. Heute aus Edge Park für euch an der Gitarre. Hier kommt er. Oli Ams. Applaus. Oli. Boah, mit Schlips. Ich fand das nicht. Wow, das sieht richtig cool aus. Mensch, Oli, was ist denn los? Hast du eine neue Braut? Das war jetzt gemeint, ne? Scheiße, das war gemeint. Nein. Oli. Sieht cool aus, der Clips. Ich finde toll. So, er ist Papa. Ich sag's ja jedes Mal. Wie lange ist er eigentlich schon, Papa? Das Kind muss doch schon bald groß sein. Muss doch schon bald laufen, oder? Der Kleine. Der hat schon Haare, ja? Okay. Wo? Okay, anyway. Auf jeden Fall. Er durchlebt im Moment schlaflose Nächte, glaube ich. Aber ich glaube, kriegen eigentlich Kinder auf Wali. Ja? Oder Schlafmittel oder sowas. Er ist ganz entspannt. We call him the long hair hippie. On base, Mr. Sven Sommer in the house. Schöne Werk, Kühlbücher. Der ist er. Er schlaft, wandelt hier rein. Bühnen-Chainer. Ja, genau. Das ist der Bühnen-Chainer der Pfalz. Ja. Also, nee, Pfalz kann auch nicht sagen. Kreis Krusel. Nee? Okay. So. Die nächsten beiden, die hier kommen. Er ist Wiederholungstäter. Er war schon zweimal hier. Einmal komplette Show. Und einmal war er beim letzten Mal bei dem dreijährigen Jubiläum da. Und er ist Brasilianer. Ja? Er tanzt unfassbar gut. Und ich glaube, er wird auch die eine oder andere Dame hier auf die Bühne holen. Also Mädels, sieht er schon mal warm an. Das wird richtig cool. Er spielt Percussion. Er singt unfassbar gut. Und sind wahnsinnig gut aus. Und wir sind total happy aus Wiesbaden. Hier ist er für euch. From Brazil. Mr. Ina Lima in the house. Applaus, Ina Lima. Hier ist er. Yeah. Applaus, Applaus, Applaus. Hier ist er. Er sagt auch immer Ombre zu mir. Ombre. Ich bin das schul. Cool, cool. Schul, schul. Ich bin das schön. Ombre, da habe ich mich dran gewöhnt. So. Ina, bist du gut drauf? Willst du noch dein iPad hier? Nein. Okay. So. Sie ist zum ersten Mal hier. Sie kommt ursprünglich aus Kenia. Was ist das richtig? Aus Kenia. Halb, halb. Ja. Was heißt denn halb, halb? Halb Deutsch, halb Kenia. Ah ja, okay. Gut. Und sie wohnt in Pforzheim, hat eine coole Band, die heißt Hard and Cool. Und sie sieht so unfassbar gut aus. Ich sage es euch. Liebe Mahlzeiten, Leute, Gäste, ihr werdet sie lieben. Wir lieben sie schon lange. Und wir sind ganz happy, dass sie heute hier ist. Für euch aus Pforzheim, Miss Anita, komm wieder in das Haus. Hier ist sie. Oh, hey. Komm. Top Brooklyn, seid ihr alle schon da? Ich kann das aber nicht hören. Seid ihr alle da? Ihr seid noch viel zu weit weg. Guckt mal ein bisschen her. Guckt mal ein bisschen her. Guckt mal ein bisschen her. Zuerst die Damen und dann die Herren. Ja, so zwei, vier, fünf Schritte. Ja, so zwei, vier, fünf Schritte. Ja, so zwei, vier, fünf Schritte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020